Rentnerpaar lebt für 1200 Euro im Paradies. In Deutschland, in der Schweiz undenkbar. Immer mehr Rentner ziehen ins Ausland, angezogen durch niedrigere Lebenshaltungskosten und Steuern. Ein Ehepaar aus Karlsruhe hat dieses neue Leben in Griechenland gefunden, wo großzügige Gesetze Rentner besonders anlocken. Wer mehr als die Hälfte des Jahres in Griechenland verbringt, wird dort steuerpflichtig. Dieser Umstand wird für Rentner zum Vorteil, da sie alle Einkommen, auch Renten, mit nur 7% versteuern müssen. Ich würde gerne eure Meinungen hören, lasst sie mich in den Kommentaren wissen. Gutes Wetter, niedrigere Lebenshaltungskosten und geringere Steuern ein Traum, der für viele Rentner in Griechenland wahr wird. Manfred und Karin Reuter, ein Ehepaar aus Ulm, haben den Schritt gewagt und auf die Insel Kreta umgezogen. In Deutschland wird das Leben immer teurer. Daher war für das Paar klar, sie wollten dort leben, wo sie die höchste Lebensqualität für ihre Rente bekommen. Daher haben sie ihr Zuhause in der Gegend von Ulm verlassen und sind nach Sitia auf Kreta gezogen. Für nur 600 Euro Miete leben sie jetzt in einer 130 Quadratmeter großen Wohnung, mit drei Terrassen und nur 10 Minuten vom Strand entfernt. Die Nebenkosten betragen 80 Euro pro Monat. Für Lebensmittel und andere Ausgaben werden weitere 600 Euro fällig. Insgesamt betragen die monatlichen Ausgaben des Paares knapp 1200 Euro, womit sie noch 400 Euro im Monat zurücklegen können. Manfred Reuter sagt, dass dies in Deutschland undenkbar gewesen wäre. Aber der Umzug in ein fremdes Land erfordert auch Vorbereitungen. Man muss sich um Aufenthaltskarten, Sozialversicherung und Bankkonten kümmern. Wer im hohen Alter auswandern möchte, sollte normalerweise auch die deutsche Rentenversicherung informieren. Die medizinische Versorgung vor Ort sollte hohen Standards entsprechen. Mit dem Umzug lässt man auch Familie, Freunde und soziale Kontakte zurück. In der neuen Umgebung muss man sich ein neues soziales Umfeld schaffen. In der neuen Umgebung muss man sich ein neues soziales Umfeld schaffen. Aber das kann nur ein Vorteil sein. Sprachbarrieren sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Viele Menschen träumen davon, früher in Rente zu gehen. Es gilt jedoch zu bedenken, dass mit Abschlägen zu rechnen ist. Unser kostenloser Renten-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen relevanten News zum Thema. Melden Sie sich hier an. Vor allem, wenn es um Südamerika geht. Viele Menschen vergessen beim Auswandern ihre sozialen Kontakte in der Heimat. Auch die Erschließung eines neuen sozialen Umfelds in der neuen Umgebung kann eine Herausforderung sein. Sprachbarrieren sollten nicht unterschätzt werden. Der Traum von einer frühen Rente kann auch Abschläge mit sich bringen. Aber trotz aller Herausforderungen ist das Leben im Ausland für viele Rentner ein Traum, der wahr wird. Lassen Sie die Auswanderung gut über sich ergehen. Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.